Hallo zusammen, wir laden dich ganz herzlich zu unserem Schausontag auf das Sportgelände des SV Unterstadion ein. Vor Ort sind unsere Rasenroboter-Experten Herr Hügle und Herr Gujic, die dir sowohl die aktuellen Großflächenroboter als auch die Mähroboter für private Rasenflächen im Live-Betrieb vorstellen. Der Schausontag beginnt um 11 Uhr und endet um ca. 16 Uhr auf dem Sportgelände des SV Unterstadion. Neben den Großflächenrobotern für Fußballplätze sind auch die Mähroboter für private Rasenflächen im Live-Einsatz direkt auf unserem Schausontag in Unterstadion zu sehen. Der SV Unterstadion sorgt mit seinem Rahmenprogramm für interessante Unterhaltung und Hardys Hähnchen gibt es zum Mittagessen mit Kartoffelsalat. Einen kleinen Unterhaltungsblock haben wir dann auch noch, die XXL-Fußball-Dartwand vom Schwabenkicker-Team. Jeder, der mit drei Schuss über 50 Punkte erzielt, erhält einen Häusler-Rucksack gratis. Sei dabei, wir freuen uns auf dich!